Hallo und herzlich willkommen bei Monaco Deluxe. Es wird wieder Zeit für ein Unboxing Video. Diesmal haben wir uns etwas ganz spezielles ausgesucht, nämlich in der Weihnachtsgeschenkeabteilung. Klar, dass auch dort Glöckler mitmischt. Und was genau, da schauen wir jetzt rein. Das ist der Luxury Weekender vom Glöckler Design von der Firma Steinmann umgesetzt. Steinmann ist schon lange bekannt, wie ein oder andere kennen es. Sie haben sich spezialisiert für hochwertigste Literwaren, Handtaschen und Reisegepäck zu relativ guten Preisen. Klar, Qualität ist nicht immer günstig, aber wir haben jetzt hier auch ein Designerstück vom Harald Glöckler. Und hier denke ich mal, geht es mehr um die Liebhaber, um die Fans von Harald Glöckler, denn der Print hier vorne ist sicherlich sehr präsent. Vom ganzen Ambiente her, ist eine sehr schöne klassische Tasche, die als kleiner Weekender sicherlich wunderbar zu nutzen ist. Aber auch für die ein oder anderen unter euch, ich sage jetzt mal, die viel unterwegs sind, als große Handtasche auch. Oder vielleicht auch für die Herren als Handtasche. Was Besonderes eben auch, dass man die Tasche schön aufmachen kann und innen drin auch viele Fächer hat. Wir haben hier drinnen drei kleine Fächer und eines mit Leiferschluss. Und zu der Tasche wird auch noch ein Wurt geliefert, den man hier links und rechts befestigen kann. Also mit dem Varianten die Tasche um die Schulter zu tragen oder einfach am Henkel. Was auch sehr schön auffällt, ist es natürlich die typische Glöckler Krone, hier im Reiferschluss, aber auch hier das Emblem auch nochmal. Also die Glöckler Fans kommen auf jeden Fall auf ihre Kosten und freuen sich sicherlich, wenn dieser Weekender unter dem Weihnachtsbaum ist. Super hochwertige Verarbeitung, sehr angenehm zum Anfassen auch, eine schöne Haptik hat das Ganze. Und preislich liegen wir bei um die 250 Euro. Es ist kein Wunder, dass Harald Glöckler und Steinmann sich zusammengefunden haben. Denn beide Firmen haben die Philosophie, dass Luxus bezahlbar sein muss. Und wie Harald Glöckler schon was sagt, jede Frau ist eine Königin oder Prinzessin und das ist so ein Produkt. Es ist kein Wunder, dass es auch im November in den Handel kommt. Da Weihnachten vor der Tür steht, auch die kurzen Reisen natürlich. Jeder möchte vielleicht seine Familie besuchen, warum nicht in einem einzigartigen Weekender Design von Harald Glöckler. Natürlich können wir euch nicht alle Korrektionsteile vorstellen, denn Harald Glöckler hat drei verschiedene Linien mit A15 Korrektionsteilen designt. Von Luxury bis hin zu vielen anderen. Am besten schaut ihr auf die Webseite, macht euch selbst einen Überblick über das Ganze. Wir haben uns für dieses Modell entschieden, weil es so typisch Harald Glöckler ist. Luxury, pur, Gold, Glitzer, das Krönchen. Ich denke, wenn man an Harald Glöckler denkt, denkt man an diese Tasche.